Botschaft von Wladimir Zelenskyy an die Krim und den Donbass In Bezug auf die Bedingungen Russlands hat der Führer der Ukraine das Signal der Versöhnung gegeben. Putin muss bereit sein zu sprechen, sagte Zelenskyy. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat eine wichtige Erklärung bezüglich der Krim und des Donbass abgegeben, die Russland beansprucht. Im Gespräch mit ABC News erklärte Zelenskyy, dass sie als Kiew nicht bereit für Ultimaten seien, aber Lösungen für die Forderungen des Kremls gefunden werden könnten. Die Frage der Anerkennung der Krim und des Donbass. Zelenskyy wies auf die drei Forderungen Russlands während der Gespräche hin und sagte, man könne über die Anerkennung der Krim und des Donbass diskutieren, und fügte hinzu. Wir sind nicht bereit für Ultimaten. Aber wir haben eine mögliche Lösung für diese drei Schlüsselpunkte, benutzte den Satz. Zelenskyy. Wir können uns einigen. Der ukrainische Führer erinnerte daran, dass nur Russland die besetzten Gebiete anerkennt, und sagte, wir können darüber diskutieren. Wir können uns darauf einigen, wie die Menschen dort leben sollen. Was mir wichtig ist, sind die Menschen, die in diesen Regionen mit der Ukraine leben wollen. Was Putin tun muss, ist zu reden und in Dialog zu treten, sagte er. Bedingungen Russlands. Zum dritten Mal fanden Verhandlungen zwischen der russischen und der ukrainischen Delegation statt. Moskau sagt, es werde die Militäraktion einstellen, wenn die Ukraine die Bedingungen erfüllt. Der Kreml listet die fraglichen Bedingungen auf als »Festlegung der Verfassung der Ukraine«, um ein neutrales Land zu bleiben, die Anerkennung der Krim als Teil Russlands und die Anerkennung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk als unabhängige Territorien. Kreml. Wenn unsere Bedingungen erfüllt sind, können wir die Operation beenden. Russland hat angekündigt, dass es die Militäroperationen beenden kann, sobald seine Bedingungen von der Ukraine umgesetzt werden. Während der Krieg zwischen Russland und der Ukraine weiter nachwirkt, gehen die Verhandlungsprozesse zwischen den Parteien weiter. Die Delegationen, die in den vergangenen Tagen zweimal zusammengekommen waren, haben sich heute erneut zur 3. Runde zusammengesetzt. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters vor den Verhandlungen machte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov wichtige Aussagen. Wenn die Forderungen akzeptiert werden, wird die Bewegung enden. Dmitry Peskov kündigte an, dass Russland bereit sei, die Militäroperation zu beenden, wenn die Ukraine die Bedingungen erfülle, und dass sie diese Entscheidung der ukrainischen Seite übermittelt hätten. Andererseits gab der Kreml-Pressedienst am Vortag eine Erklärung zu diesem Thema ab. In der Erklärung hieß es, Russland sei offen für einen Dialog. Es wurde bestätigt, dass die russische Seite zum Dialog mit den ukrainischen Behörden und ausländischen Partnern bereit ist, um den Konflikt zu lösen. Aussagen gemacht wurden. Peskov listete die Bedingungen Russlands wie folgt auf. Festlegung, dass die Ukraine ein neutrales Land bleiben wird, in dem ihre Verfassung geändert wird, Anerkennung der Krim als Teil Russlands, Anerkennung der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Territorien.